Sebastian Hegemann, Balu, sollte dabei sein. Andreas Ehrbeck, Sven Sopczak ist dabei. Ehrig Döcke, Nadine Sprüte. Und hier kommen wir nach oben. So Fossi, und jetzt guckt ihr das hier mal an, was abgeht hier auf dem herrlichen UL Köberring in der Klasse 1 bis 60 PS. Motorsportgemeinschaft Porta führt. Dahinter haben wir die Blue Hornets und die Racing Stars. Da hinten kriegen wir, kommt das Auto, kommt die Polen, den Regeln, wo man das auf dem Tag kommt. So, der geht jetzt aber an die 544. Versuch dort ein Dreher. Also jetzt Kurve 3, was passiert mit dem Auto? Es wird gedreht. Und Tim Bohr, der steckt jetzt fest. Also zum Polizisten. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nadine Sprüte. So, jetzt kommt man von Tim Bohr, der. Der hat halt eben Nadine Sprüte zum Überschlag gebracht. Das ist so ein Kuss. Das ist so ein Kuss. Das sind so ein Kuss. Das sind so ein Kuss. Wir bekommen die Beute dazu, nicht? Nein. Oh mein Gott. Einmal ist schlecht. Oh, nein. Einmal einfach mal eine Muskels. Ich hab's da, ey! Soll ich es dir aber nicht? Der Wind!